Irgendwie, irgendwo. Irgendwie. Das war so klar. Ich hatte es auch direkt im Kopf. Ja, ich auch, aber ich wollte es ignorieren. Ja, direkt bei uns ist auch ein Boot. Bei uns an der Küste. Ich habe auch da irgendwo in dem Berg ein Pferd geparkt. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Echt jetzt? Das weiß ich zum Beispiel noch gar nicht, wie das geht mit dem Pferden. Du musst einfach nur auf E drücken, dann kannst du rumrennen. Also die rennen dann nicht von dir weg? Ne. Ah, okay. Es gibt ziemlich viele Bären hier übrigens. Ja, schaffen wir die? Also nicht Bären, sondern Bären. 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 Da fällt mir instant die Szene von Glorious Bastards wieder ein. Der Bären, Jude. Yes. Hier unten bei dem Chunky hat es dann ganz schön viele. Hm. Mhm, mhm, mhm. Ich glaube wir fangen erstmal mit Rehe und Wildschweine an. Ja, wär das. Wildschweine greifen dich halt auch an, ne? Ja, aber die sind jetzt nicht so strong wie Bären. 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 Dann können wir hier gleich mal schauen, was da so drin ist. I'm on it. Soll ich Scrap und den ganzen Scheiß trotzdem mal mitnehmen? Ja. Ich schmeiße es halt raus, wenn Nahrung und Wasser hat Vorrang, glaube ich, aktuell. Wenn ich keinen Platz mehr habe. Hier sind Bären gewesen. Bären? Ja, keine Bären, sondern Bären. Oh, Pilze gibt's hier. Oh, nice. Wahnsinn. Hier gibt's noch mehr Bären. Und Pilze gibt's hier. Oh, ja, Pilze gibt's hier auch. Wäre interessant zu wissen, wenn man Pilze grillen würde, ob die dann mehr Nahrung bringen. Theopraktisch nicht. Kann man nicht grillen. Kann man nicht grillen, okay. Das ist eine Lüge. Ja, die kann man in diesem Game nicht grillen. Ja, ich weiß nicht. Selina. Ja, ist auch gut. Mann. Nein, in real life auch nicht. Scheiße. So, Spaß. Das ist ein Bäre. Ein Bäre. Das ist mega geil. Klar, Schwammel. Das ist richtig geil. Ja. Weißt du, wir schaffen den. Nee. Nee? Metal Fragments brauche ich, by the way. Wir können's versuchen. Me back, Bär ist schon fertig? Nee, noch nicht, Mino. Aber willkommen zurück. Achso, willst du's versuchen? Wir können's mal probieren, ja. Okay. Wow. Die hat Bock. Steff, please. Ja, ich schieß doch schon. Ja. Easy. Easy. Oh. Ich seh zwei Tote. Habt ihr alles mitgenommen? Was haben wir? Essen habt ihr auch hier gelassen oder habt ihr alles mitgenommen? Wie hier gelassen? Oder hatten wir? Habe ich zu viele Pfeile mitgenommen, Steff? Nee, hast du nicht. Von was, Dom? Hattet ihr kein Essen hier? Nee, hatten wir nicht. Okay, vielleicht sterbe ich. Ja, ist ja nicht schlimm. Du spawnst ja gleich in der Base. Ist alles, ist alles fein. Bei dir ist es nicht so schlimm, wenn du stirbst. Das hört sich scheiße an. Das hört sich scheiße an. Oh, ich hab Essen gefunden. Okay. Easy. Oder? Hab ich das? Nee, ich hab nur eine Lampe gefunden. Ich dachte, ich hab eine Tuna Can gefunden, aber ich hab nur eine Tuna Can Lamp gefunden. Das ist gut. Ich bin Eingangsbereit. Ich bin bei denen. Bist du schon voll oder warum sortierst du schon aus? Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Ach du Scheiße, okay. Wie, du bist schon voll? Hier, warte. Ich geb dir mal mein Animal Fat. Ist das okay? Ja, ja, ich kann stacken. Schmeiß das weg. Du kannst mir auch Fleisch geben, das kann ich auch stacken. Ich hab kein Fleisch, aber ich hab Leder. Animal Fat brauchen wir noch nicht. Könnt ihr wegschmeißen. Ups. Okay. Okay, weiter geht's. Wo müssen wir hin? Wir müssen da lang. Südwissen. This way. Kann man den Grillen, kann man denn Grillen grillen? Mino ist wieder da, Freunde. Ja, das ist so ein Wunderschön. Ich hab schon mal eine Heuschrecke gegessen. Ich auch. Schmecken wie Erdnüsse. Ich fand, es hat geschmeckt wie sehr knusprige Hühnchenhaut, aber es war auch gewürzt. Echt? Ja. War ziemlich nice. Bei mir haben sie geschmeckt wie Erdnüsse. Weiß nicht, ob's... Ja, es sagt mir ja oft, dass das irgendwie so ein bisschen nach Nuss schmeckt. Also Insekten. Oh, wir brauchen Metal Fragments. Ich auch finde, es schmeckt ganz okay. Ja, also ich würd's nicht... Also wenn ich's essen müsste, würde ich's essen, ansonsten würde ich dann auch lieber beim Schweinsbraten bleiben, bin ich ehrlich. Ja, aber ich dachte mir ja... Ja, wir hatten auch bei uns mal in der Stadt, hatten wir auch mal so ein... Wie hieß denn das? David, wo man so Essen probieren konnte und alles. So ein Markt quasi, da kommen wir nicht hoch, glaub ich. Street Food? Street Food, genau. Und da war auch ein... Food Market, genau. Und da... Oder Street Food, je nachdem. Und da war auch ein... Ein... Ein Stand, wo du... Ähm... Ja, gegrillte Insekten essen konntest oder generell Insekten probieren konntest. Nice. War aber trotzdem nicht so, weil teilweise... Hast du dir noch so Kräuchen und Fleuchen gesehen und denkst mir... Nee, du lass mal... Also Beergrills bin ich keiner. Ja, so Maden und so würd ich jetzt... Seh ich mich jetzt auch nicht so. Naja. Äh... Wir sind halt proteinreich, ne? Ja, aber ich hab irgendwie Angst, dass die so... Matschig sind, weißt du was ich mehr? Hm... Kann mir gut vorstellen. Moin Gummivurm! Alles tut dir wie bei dir? Ähm... Irgendwas wollt ich noch sagen? Scheibenkleister. Ja, keine Ahnung. So... Sind wir schon... Oh... Pilze gibt's hier! Achso, ja. Versuchst du, du nicht mitbekommen hast, Celina? Ich hab das Spiel jetzt auch auf Englisch. Ja, ich weiß. Damit sich keiner mehr beschweren kann. Wer beschwert sich denn? Es haben sich so... Ach, das bist du! Ich dachte, da schießt jemand! Holy! Ne, noch, noch nicht. Tarp! Yarp! Ich glaube, es kann auch keiner schießen. Yarp! Narp! Kommt drauf an, wenn sie es gelootet haben. Das kann sein. Siehste? Das ist gerade alles auf dem Server. Kann man ja mal gucken. Users. Users, Sir! Vier, drei und noch einer mehr. Das ist... Ist ein Punkt, Mino. Ist ein Punkt. Steff denkt, dass jemand schießt und bleibt erst mal mitten auf der Wiese stehen. Ich bin wie ein Reh. Ich bleib einfach stehen. Wenn ich mich nicht bewege, siehst du es nicht. Ist wie bei T-Rex. T-Rex sieht nur Bewegung. Das ist wie bei Leak. Wie... Dodgen. Ne, ne. Einfach stehen bleiben. Genau, genau. Vorbeischießen. Das ist mein Dodge. So... Ich habe hier eine XOR-Switch. Brauchen wir noch nicht. Ja, aber ich kann sie dann wenigstens... Äh... Vergenusswurzeln da. Bei dem Ding. Ja. Oh, no, 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 no. Äh... Äh... Warte mal, ich schmeiß das gleich nochmal mit rein. Occupied! Entschuldigen Sie! Ja, 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 ja. Ihr seid schon ganz am Airfield? Ja. Ja. Ah, ist die Map nicht zu riesig. Das ist doch schon mal gut. Wenn ihr so schnell da hingekommen seid. Bist du, habe ich noch irgendwas, was da reinkommt? Brauchen wir die Gears? Erstmal klein machen, erstmal noch nicht. Erstmal alles klein machen, okay. Ja. Wir brauchen erstmal mehr Fragments. Ich habe... Momentan mache ich es so, dass ich unter der Woche kein... Äh... Süßkram mehr trinke und das macht mich irgendwie fertig. Ja, Körper muss sich erst mal dran gewöhnen. Es ist irgendwie krass, wie abhängig ich anscheinend davon bin. Ziemliche Sucht. Ich denke die ganze Zeit auch jetzt so ein Spezi. Bist du das so krass oder wie? Ja, schon. Okay. Ich trinke mittlerweile nur noch Wasser, apropos. Ja. Mach ich jetzt unter der Woche auch. Yay. Moin, moin, moin. Nach der Schule einen coolen Stream gucken. Kevin. Cool. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich glaube ich weiß, warum Shooter nicht so deins ist. Ja, ist ein Punkt auch. Das merkst du hier erstmal. Ich bin ein paar Pilze reingehauen. Ja, das mache ich jetzt aber auch. Ich glaube die Pilze können wir uns... Das Wasser braucht, sagt Beschein. Äh, ja noch nicht. Die Pilze geben auch Wasser, das ist übel krass. Jetzt habe ich über 100 Wasser. Bübel, nice. Die Seeds können wir dabei auch wegschmeißen, ne? Die braucht erstmal kein Schwein. Nein. Äh, du kannst mir zum Beispiel die Scraps... Äh, die... Den Scrap geben. Die kann ich stacken, oder? Du gibst... Nice. Oder meinst du die Fragments? Die Fragments habe ich jetzt mal eingesteckt. Ja, ist okay, ist okay. So, wir warten jetzt noch auf das, weil können wir noch ein bisschen, äh... Hier mal ein bisschen... Lurga. Achso. Ich geh mal in die rechte Halle. Mmh, yes. Hier geht's wieder raus, ne? Ja, da will keiner hin. Ich geh mal nach oben. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Ey, ist brutal. Mir fallen voll nur Sachen von Herr der Ringe ein. Wieso ist hier nix? Warst du schon oben? Nee. Wie das aussieht, ich seh's nur bei dem Stream. Ist einfach... Komplett leer. Komplett empty, alles. Like what? Ich hab... What the fuck? Ich hab ne Lampe gefunden. Geil. Ceiling Light. Nice. Brauchen wir nur noch Strom. So, ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Wow, die Halle hier ist ja... Wow, hier ist so viel Zeug. Oh my god. Vielleicht hab ich ja in der zweiten Merkluft. What the fuck? Geht keiner ran, unhöflich. Geil. John Ninjago, grüß dich. Wollang ihr mit mir on? Sorry, ist doch alles gut. Schön, dass du da bist. Freut mich. Das ist wirklich. Es stellt mich erschrecken, wenn du mich gleich sehen solltest. Oh Gott. Ey, warte, was? Muss ich mir Sorgen machen? Aber schön, dass du da bist, Ninjago. Mino ist halt wieder voll im Roast Mode. Holy shit. Das ist ja mal was Neues. Ich mag das. Vor allem hier ist es absolut fein. Bei Rocket League hat es mich immer ein bisschen getriggert. Weil ich dann doch dachte, boah der war cool der Move. Und dann Mino immer so, ja, hm, 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 ja, naja, hm. Und er kann es halt sagen. Aber jetzt habe ich trotzdem ein bisschen, ein bisschen, hat es in mein Herz gestecht. Bin ehrlich. So, ich geh jetzt in den Turm hoch. Wenn dann auch nichts ist, rass dich aus. Da ist nie viel. Aber kann was sein. Naja, ich bin jetzt komplett leer ausgegangen bei... Hier läuft einfach ein Wildschwein. Ich kill das mal kurz. Töte es. Oh, da ist ne Truhe. Blaulicht! Brauchen wir nicht. Ne, ich, äh... Jetzt ist es auch erstmal... Disenchanten. Wie heißt das eigentlich? Ich sage immer Disenchanten. Wollt grad sagen, warum willst du das entzaubern oder was? Ja, es ist halt von League noch drin. Schön die magischen Effekte runter, ne, man kennt ihn. Hey, Steff. Hm? Hier läuft jemand. Wat? Der ist nackt, oder? Ne. V-Voice-Chat, ne? Ich kann es leider nicht machen. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich hoffe nicht, dass... Ich hoffe, dass er dich nicht umbringt. Boah, sollte. Willkommen zurück, Smoggy! So. Ah, nice. Passt. Warum hab ich Radiation Poisoning? Wegen der... Wegen der... Da hast du noch Radiation Schutz mit. Nicht genug, ja. Wegen... Wegen dem... Wegen dem Ohr, der ist generell leicht radioaktiv. Ist ja noch da der Dude? Hm-hm. Also, weiß nicht, vielleicht. Aber du siehst ihn nicht mehr, oder? Ne, aber ich bin noch in die Halle gelaufen. Hm. Schau mal. Hier bin ich. Gut. Incoming. Kein Kaffee, dein Ernst? Naja... What the heck? Und du hast... Ah, hallo. Warte, warte, da kommen wir. Hey, yo. Hey, yo. Hey. Moin. 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 Hey, yo. Ich open das mal. Ja. Es sind ganz viele... Barrels. So als alter Gangplank main? Ja, ja. Sieh... Siehste mal ne richtig juicy Combo. Ja, ich glaube wir müssen nochmal in den Raum rein. Ich hab mal ne kurze Frage. Würdet ihr, ähm, Low Guard Fuel gegen qualitativ hochwertiges Metall tauschen? Können wir machen? Ich kann leider nicht talken. Hörst du mich? Steff sagt, wir können das machen. Steff sagt, wir können das machen. Steff sagt, wir können das machen. Ich hab 180 dabei gerade. Kommt drauf an, wie viel er hat. Ich hab jetzt nicht gerade so viel mit. Die Fuel brauchen wir auch mal. Ich kann auch welche holen. Wie viel hat er denn? Wie viel hat er denn? Also... Sollen wir erstmal drei gegen drei tauschen? Sollen wir erstmal drei gegen drei tauschen? Sollen wir erstmal drei gegen drei tauschen? Oder wie schaut's aus? Ich gucke gerade, wie viel ich brauche. Steff, da hinten liegt übrigens noch ganz viel. Wo hinten? Hier. Ach, geil. Hier kann man machen. Hier und da und so. Okay. Ich kann Crude-Oil nicht aufnehmen. Wieso kann ich das Crude-Oil nicht aufnehmen? Das low-grade Fuel kann ich auch nicht aufnehmen. Hey, wie? Wie entstacke ich noch? Drei, warte mal. Ich mach schon, ich mach schon. Na, kriegt er 20. Oh, Leute. Hier. Rein. Bruh, hier. Ich bin so'n nice guy, ne? Ich bin so'n nice guy. Lass ihn erschießen. Nein, Spaß. Well, well, well. Das escalated quickly. Ich muss das noch irgendwie fixen, dass das funktioniert. Was, Leute direkt zu erschießen? Ne, der in-game-Boys. It's getting on my nerves, hör mal. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in die Base zurück und dann würde ich wieder zurücklaufen. Und alles, was da kreucht und fleucht, würde ich noch mit auf den Weg erschießen, was Tiere angeht. Dass wir noch ein bisschen gut Nahrung dabei haben. Jo, schau mal, hier ist, glaub ich, Nahrung drin, oder? Oh ja, true, true, true. Kannst du's mitnehmen, oder? Ich hab... Für eins hab ich Platz. Alles gut, hab's dabei, hab's dabei. Ey, ich muss ihn noch, äh, disenchanten. Ich sag's jetzt einfach weiter. Witze. Zu viel Geld, Russell spielt wieder. Ja, ein bisschen. Aber das, das, das Berufe machen, das ist halt echt krass. Was das für ein Level-Boost gibt. So. Okay. Mal kurz so, so. Ich hab keine Wund dabei, no. Ja. Um mein Ding zu reparieren. Danke. Gerne. Ähm, ganz kurz, was muss ich jetzt nochmal, das haben wir noch weg. Äh, Metal Fragments, braucht man die? Ja. 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 Dann hab ich eigentlich gar nichts mehr, was ich entchanten kann. Ich hab hier noch so ne Plastikflasche, aber... Äh, kannst du mit reinhauen, aber... Ja, kannst du mit reinhauen, weil wir kommen eh nicht mehr in die Nähe von dem Wasser erstmal. Also, trinkt mal im Wasser. Ich glaub, wir müssen tatsächlich erstmal so ne, so ne Regen-Auffang-Station... Ach so, kann man nicht. Okay. Ja, ich glaub, wir brauchen so ne Regen-Auffang-Station. Das, das, das... Kannst auch in den Sumpf gehen, den wir in der Nähe haben, da kannst du auch was trinken. Echt? Hm, gutes Sumpfwasser. Wollt grad sagen, schön prackig. Ja, hab ich am liebsten. Ihr wollt mich erschießen? Nein, Kloak, war doch nur Spaß, hör mal. War doch nur Spaß, würden wir nicht machen. Ist ein Rollclay-Server. Was heißt da ihr vor allem? Ich hab... Selina würd dich nie erschießen, die macht nur Joke. Die macht nur Spaß. Ich hoff das auf mich zu schieben. Ja, verdammt würd ich mir Sorgen machen, ne, aber der Dom ist ja in der Base, alles gut. Wann kann ich... Was soll das denn jetzt? Was? Wie blöd sieht das aus mit meinem Soodustreck? Wow. Du siehst richtig spätart aus. Vor allem ist es super unlogisch. Es sieht super cool aus. Schau bei mir. Ja, danke. Ja, danke. Ah! Oh, ich hab das weg.